Hi! Ich bin der verwirrte Svensklehrer. Jetzt der verwirrte Schwedischlehrer wieder. Naja, das war ja ein bisschen seit ich das letzte Mal ein Video gedreht habe. Ich war einfach so beschäftigt mit meinen Büchern. Ich habe jetzt den dritten raus. Aber ich will jetzt wieder anfangen. Und ich werde auch mit ein paar anderen Sachen machen. Dienstag, 7. Mai um 19 Uhr mache ich eine Schnupperstunde. Alle, die es interessiert, können sich bei mir auf Facebook anmelden. Und dann werde ich eine Stunde lang über Schwedischunterricht erzählen. Also wie mein Arbeitsgeber Nordic Way das alle macht. Wie ich das mache, wenn ich unterrichte. Unterschiedliche Unterrichtsformen. Ich werde auch unterrichten. Ich werde euch ganz schnell die Gründe für Schwedisch beibringen. Nächstes Mal in Schweden werde ich fließend sprechen nach dieser Stunde. Ich werde auch Fragen beantworten. Fragen über Schwedisch. Über Unterricht. Über Arbeiten in Schweden. Über Urlaub in Schweden. Und natürlich. Über meine Wohnung. Ich bin sehr hoch. Mitten. 50 Meter. Von Dase. Ich sehe nach Schweden. 35 Jahre in Ausland. Okay. Jeder ist interessiert. Sind bei mir willkommen. Dienstag. 7. Mai. 7. Mai. Om 19 Uhr. Ha det bra. Wir sehen uns. Bye. Vielen Dank.